Ich habe keinen Plan, wo du bestätigst. Kannst du den Clou nehmen? Ich bin hier auf den Hunden. Ich kann sie nicht triggern. Ich trigger sie nicht, aber ich töte sie. Also kannst du töten. Ich habe nur keine Stamina. Ja, auf geht's würde ich sagen. Was hast du denn gemacht? Du hast direkt auf die Tate geschaut? Nein, das passiert immer ab und zu mal. Das ist neu. Kannst du denn deinen Körper sehen, dass der da steht? Nein. Ich werde gerade von irgendwas angeschossen oder gemessert. Von einem Zombie. Ich muss gerade mal... Da standen zwei Zombies gerade vor mir. Ich musste mich gerade mal raustriggern. Du... Schade. Aber ja. Fair Play und so. Fair Play. Ich habe es bisher nur einmal gesehen. Ich bin letztes Mal eine Viertelstunde so rumgelaufen. Da sind Gegner überall. Geht da jetzt mal gerade nicht hin. Ich nehme mal eine Leiter und dann komme ich. Aber hattest du versucht, sie zu killen? Nein, nein. Wenn du meinst, jetzt ging das mit den Hunden? Nein, hatte ich nicht. Das war's. Ja, da sagte du, was in der Hunden und war auch. Da werden mich beim Zitrasteile. Nein, das war's. Geht da jetzt mal ein Video Sempre von mit dem Video. Da ist nicht. Da bin ich. Untertitelung des ZDF, 2020